Was ist IT Sachs für uns eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sichtbar zu werden, vor allem in der Region, also Kontakt zu Bewerbern zu bekommen, die insbesondere nach dem Arbeitgeber hier in der Region Sachsen und Dresden suchen. Und es ist natürlich auch ein Stück weit der Austausch zwischen den Unternehmen der Branche hier in der Gegend. IT Sachs hat für Comunado eine ganze Vielzahl an Bewerbern gebracht, die nur über IT Sachs auf uns aufmerksam geworden sind. Und das ist ein ganz besonderer Wert an sich. Das ist ein ganz besonderer Wert.